Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Runners Point. Heute stellen wir euch die Forerunner 310 XT von Garmin vor. Ob an Land oder im Wasser, die bis zu einer Wassertiefe von 50 Metern wasserdichte Forerunner 310 XT macht jede Trainingseinheit und jeden Wettkampf mit. Dadurch ist sie auch das perfekte Gerät für Triathleten, denn diese Uhr kann auch im Schwimmbad oder im See getragen werden. Das Überprüfen von Leistungsdaten ist für jeden Läufer nicht nur motivierend, sondern auch sehr hilfreich bei der Formulierung neuer Zielstellung. Mithilfe der kostenlosen Website Garmin Connect ist es euch möglich, erfasste Trainingsdaten direkt auf ein PC zu übertragen. Auf diese Art und Weise könnt ihr euch zum Beispiel eine zurückgelegte Trainingseinheit auf einer Landkarte anzeigen lassen. Die dazu notwendige ANT Plus Technologie besitzt auch der Forerunner 310 XT. Mit Hilfe dieses USB-Sticks könnt ihr Leistungsdaten, die die Uhr zum Beispiel über den Schuhsensor erfasst hat, ganz einfach drahtlos auf den PC übertragen. Der Forerunner 310 XT ist hervorragend geeignet, um Multisportaktivitäten aufzuzeichnen. Das sind neben Laufen zum Beispiel auch Radfahren und Schwimmen und deshalb ist er auch sehr interessant für Triathleten. Mit diesem drahtlosen Herzfrequenzmesser gekoppelt, zeichnet das Gerät ständig die Herzfrequenz auf und nutzt diese Werte zur Berechnung des Kalorienverbrauchs. Übrigens könnt ihr euch auf dem Forerunner 310 XT einen virtuellen Trainingspartner einrichten, gegen den ihr dann im Training antreten könnt. Über die Taste Mode komme ich in die Menüeinstellung und mit den insgesamt vier Menüs Protokoll, Training, GPS und Einstellung kann ich problemlos navigieren. Für alle Multi-Ausdauersportler, die ihr Training sehr planmäßig angehen und kontrollieren möchten, denen können wir den Forerunner 310 XT bestens empfehlen. Und mehr Informationen bekommt ihr in allen Runners Point Filialen oder unter www.runnerspoint.com.